Gleichgewicht. Wir brauchen Gleichgewicht. Gleichgewicht zwischen Erhaltung und Nutzung, zwischen Gebieten, wo Natur gedeihen kann und Räumen, die für menschliche Aktivitäten bestimmt sind. Um dieses schwierige Gleichgewicht zu schaffen, hat die Europäische Union Natura 2000 aufgebaut, mit dem Ziel, Lebensräume und bedrohte Arten zu schützen und um naturbewussten Tourismus, Forstwirtschaft, nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei in ganz Europa zu fördern, weil es keine Zukunft ohne gesunde Natur gibt. Heute ist Natura 2000 das größte Netzwerk von Schutzgebieten in der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017